Hey meine Lieben! Ja, heute kam dieses Päckchen hier an und ja, also erstmal nicht wundern, dass ich mal wieder so ein Unboxing mache, dass ich hinter der Kamera bin, aber ich bin jetzt gerade von der Arbeit herangekommen, jetzt müsste irgendwas um kurz vor dreiviertel sieben oder so sein. Ja und ich war total nass geschwitzt und ja, deswegen habe ich erstmal mich dann geduscht und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt mache ich noch schnell das Unboxing, denn darin ist etwas von Monster High, aber eine Puppe ist es nicht, denn dafür ist das Päckchen zu klein. Es ist auch ein sehr merkwürdiges Päckchen, weil so schaust du nämlich aus. Und ja, darin ist etwas, worauf ich schon lange, lange scharf war, aber es immer zu teuer war. Gut, jetzt war es auch nicht wirklich billig. Jetzt habe ich mit Versand, glaube ich, irgendwas knapp an die 36 Euro bezahlt, aber ich musste sie einfach haben und ich konnte einfach nicht mehr länger warten und ich wollte auch nicht mehr länger warten und deswegen habe ich mir was da bei Amazon bestellt, kam aber aus, keine Ahnung woher, also nicht aus Deutschland und ich versuche es jetzt mal irgendwie hier aufzumachen. Ja, man sieht es auch schon. Ich ziehe es einfach auf mein Reis. Oh mein Gott, da ist sie. So, Karton weg. Und ja, es ist etwas von Monster High und zwar ist es eine Figur, diese Figuren, was herauskamen und davon wollte ich unbedingt eine haben und eine natürlich ganz besondere und zwar Spectra Wundergeist natürlich. Ja, ich war natürlich, ich fand sie total goldig schon, wo Frankie und also die ersten rauskamen, aber als es weiter ging und Spectra rauskam, habe ich mir gedacht, die musst du haben und schau mal, wie süß sie ist. Die ist total goldig. Und ja, ich bin total mega happy gerade, Leute. Endlich habe ich sie und ja, übrigens wäre ich bei Ebay auch nicht billiger gekommen, weil da war die, ähm, also ich habe jetzt so für die Figur 18 Euro bezahlt, der Rest war halt versand. Ähm, ja, aber was tut man nicht alles für die Spectra lieber, ne? Und ja, es ist so süß. Oh mein Gott, ist die goldig. Ja, und von ihr kommt natürlich auch noch eine Review. Und, äh, wann weiß ich es nicht, denn ich denke, ich werde morgen auch den ganzen Tag arbeiten müssen. Ähm, ja, also ich denke dann vielleicht, ja, lass euch überraschen. Ich habe selber keine Ahnung, wann. Ähm, ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Und, ähm, ach ja, was ich noch sagen wollte zu meinem Contest. Ich, ähm, freue mich natürlich tierisch, dass so viele, äh, jetzt schon mitgemacht haben. Ähm, aber ich finde es schon ein bisschen blöd von manchen, dass die gleich sagen, ja, ich gewinne ja eh nicht und, ne? Und ich möchte diesen Satz nicht mehr hören. Jeder hat die gleiche Chance zu gewinnen, Leute. Und ich möchte diesen Satz nicht mehr hören, ich gewinne ja eh nicht. Ja, jeder hat die gleiche Chance und ich, äh, bin jetzt mir so, zu 80% sicher, dass ich eh noch so kleine Überraschungspäckchen mache für die 2 bis 5, äh, also bis zum 2. bis zum 5. Platz. Dass ich nochmal so Überraschungspäckchen mache. Und manche haben dann auch schon, also manche haben wirklich, ähm, richtig gute Chance für den 1. Platz und auch manche auch eine Chance auf die anderen, also auf diese Überraschungspäckchen. Also, wie gesagt, das ist noch nicht ganz sicher, aber zu 80% steht es eigentlich fest, dass ich die mache, diese Überraschungspäckchen. Und deswegen, ich möchte diesen Satz einfach nicht mehr hören, Leute. Jeder hat die gleiche Chance zu gewinnen und, äh, deswegen braucht ihr da nicht denken, ja, ich gewinne ja eh nicht, aber ich mache ja trotzdem, aber ich mache mal trotzdem mit. Deswegen, äh, möchte ich diesen Satz einfach bitte nicht mehr hören. Ja? Und, äh, ja, meine Lieben, äh, wie gesagt, ich freue mich natürlich immer tiefer auf weitere Videos von euch. Ähm, und, also, ich weiß jetzt schon, die Entscheidung, ich bin tierisch schwerführend. Vor allem jetzt schon bei den ganzen Videos, was da jetzt schon kamen. Und, äh, ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, Unboxing vor, äh, Unboxing, ja, äh, Review folgt. Und, ähm, ja, genau. Also, bis zum nächsten Video. Kommentieren, abonnieren und liken. Bye, bye, Leute.